Larache ist eine Hafenstadt in der Region Tanga-Tetuan-Al-Hosseme im Norden von Marokko. Larache ist Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und hat ca. 120.000 Einwohner. Lage Larache liegt minus oberhalb der Mündung des OED-Lukos minus unmittelbar am Atlantik und ist über die A1 und N1 mit Tanga und der Hauptstadt Rabat. Verbunden Tetuan liegt etwa 115 km in nordöstlicher Richtung entfernt. Bevölkerung Die Einwohner von Larache sind größtenteils einheimische oder zugewanderte Berber, die jedoch die arabisch-marokkanische Sprache und Kultur assimiliert haben. Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen lassen sich kaum noch erkennen. Wirtschaft Larache verfügt über einen Fischereihafen und eine Fischkonservenfabrik. Wegen der Schönstrände im Norden der Stadt spielt in den letzten Jahren der Badetourismus eine immer größere Rolle. Geschichte Etwa vier Kilometer nordöstlich der Stadt sind die Reste der ursprünglich punischen, später römischen Siedlung Lixus gefunden worden. Im ersten Jahrhundert nach Christus wurde das Gebiet römisch. Im 9. Jahrhundert wanderten die Benje raus, ein Berberist-Scherstamm, in die Gegend ein, sie nannten die Stadt El Arreich Minus ein Name, der sich bis heute gehalten hat. Im Jahr 1489 versuchten die Portugiesen die Stadt und ihr Umland einzunehmen, mussten aber das eroberte Gebiet noch im selben Jahr wieder räumen. Zwischen 1610 und 1689 gehörte es zu Spanien. Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich Larache Minus wie andere marokkanische Küstenstädte auch Minus zu einem Seeräubernest und wurde in der Folge zweimal von europäischen Flottenverbänden angegriffen. 1829 begründeten die Europäer dies mit der Kaperung eines österreichischen Handelsschiffes, die marokkanischen Kursaren wollten. Wie in den sogenannten barbaresken Staaten üblich die Besatzung als Sklaven verkaufen. Die Österreicher entsandten mehrere Fregatten vom Kriegshafen Venedig. Es kam zu einer Seeblockade des Hafens von Larache und einem Artillerie-Gefecht, das Österreich gewann. Schiffe unter österreichischer Flagge wurden fortan nicht mehr angegriffen. Ab 1909 bzw. endgültig ab 1912 bis zur Unabhängigkeit Marokkos 1956 gehörte die Stadt zum Protektorat Spanisch-Marokko. Sehenswürdigkeiten Die in spanischem Stil erbaute kreisrunde Place de la Liberation bildet mit ihren von Arkaden überdachten Cafés das Zentrum von Larache und Gleichzeitig den Übergang von der Altstadt zur Neustadt. Ein altes Stadttor führt vom Platz direkt in die Medine zum langgezogenen Soco de la Alcalqueria, dem ehemaligen Markt der Stoffhändler, wo es heute allerdings fast alles zu kaufen gibt. Daneben sind die mächtigen Mauern der Storchenburg interessant, einer Festungsanlage mit Bastionen aus spanischer Zeit. Über dem Eingang zum ehemaligen Turm des Kommandanten prangt ein spanisch-portugiesisches Wappen aus der Zeit der Personalunion beider Länder. Auf einem oberhalb des Meeres gelegenen Friedhof etwa zwei Kilometer südlich des Stadtzentrums befindet sich das Grab des französischen Dichters. Jean Genet Eingang 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 Eingang